willkommen heute habe ich was ganz seltenes für sie bei uns und zwar zwei gleiche relax sessel von der firma himmela 75 22 im leder long life soft kianti manuell dieser small dieser was ist das large oder medium large und der unterschied weiterhin die sitzbreite ist auch unterschiedlich hier auch mehr sitzbreite für einen etwas breiteren hier die schmalere variante beides sind messestücke beide kosten gleich statt 27 jetzt 1290 euro beide haben ein robustes leder beide kürzenden drehbar und haben hier diese zunge und haben hier die zunge noch ein diesen schlitten den man dann auch feststellen kann ja ich kann also das lösen dann ist es voll flexibel ich kann es feststellen ich kann die zunge ausfahren und habe hier einen wunderbaren komfort ja ich würde jetzt mir das noch mal aufmachen und würde das so machen die armen bewegt sich mit das ist also ein zessel für einen mann so wie ich meine frau ungefähr 1 meter 65 sie sagt zwei mal in 67 auf 165 die würde mit diesem setzen hervorragend war kommen ja ganze einfache bedienung hier diese feststellbremse wir bieten die sessel einzeln an für 1290 euro abholpreis 99 euro versand sie können aber auch natürlich beide kaufen schnappen sie zu wenn sie sowas suchen dekorativ höchst bequem ich habe ganz selten zwei gleiche deshalb wenn sie in frage kommt schnell sein schnappen sie zu dankeschön und tschüss ihr nutz reinhardt